Hey, du kannst dir ja nicht vorstellen, was hier gerade passiert. Wie geht's dir, Papa? Gut. Will, ist es so gut? Ja, dann hält sich jetzt gerne öfter mal in meinem Kleiderschrank aus. Ich bin frei, Philipp, frei. Verstehst du das eigentlich wirklich nicht? Ich brauch das alles nicht mehr. Ich brauch vor allem niemanden mehr, ja? Ich bin frei. Frei. Ich bin frei, Philipp, frei. Ich bin frei, Philipp, frei. Ich bin frei, Philipp, frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020